Willkommen zu meinem Video, meine Top 4 Avengers Filme. Vierter Platz, Avengers Age of Ultron. Der zweite Teil ist der schwächste Teil der Reihe. Das liegt besonders am Schurken Ultron, der zwar interessant ist, aber einfach überhaupt keine Bedrohung darstellt. Wanda Maximoff und Quicksilver alias Fredro gefiel mir ziemlich gut. Wanda war als Schurkin richtig gut, denn sie hat es geschafft, die Avengers mental zu brechen. Aber trotzdem bekommen die beiden viel zu wenig Screentime und Quicksilver stirbt zwar den Heldentod, doch ich hätte gern mehr Filme mit ihm haben wollen. Aber trotzdem bekommen die beiden... Der Film hat auch Stärken. Die haben mehr soziale Momente gehabt, wo die Avengers dann zum Beispiel einfach in der Bar sitzen und einfach zusammen Spaß haben. Und auch die Einführung von Vision war großartig. Dritter Platz, Avengers Infinity War. Infinity War... Avengers Infinity War. Avengers Infinity War hat zwar einen großartigen Schurken, doch der Film hat auch viele Probleme. Man muss fast jeden vorherigen MCU-Film gesehen haben, um die Handlung zu verstehen. Der Film hat auch zu viele Charaktere, denn dadurch bekommen... Denn dadurch bekommen manche Charaktere wie Wong kaum Screentime. Hawkeye kommt dem Film nicht vor. Die Gefolgsleute von Thanos sind zwar besser als die der früheren Mafia-Schurken, sind aber immer noch nicht wirklich interessant. 2. Platz, The Avengers. The Avengers ist ein ziemlich guter Film. Loki war ein richtig guter Schurke, der zwar keine Bedrohung ist, aber er weiß genau, wie er die Avengers austricksen muss und wen er für seinen Plan rekrutieren muss. Zudem ist auch wie die Avengers ein Team werden ziemlich gut. Denn Thor und Iron Man prügeln sich erst und sie hinterfragen auch Shields. Der Film kam auch zum richtigen Zeitpunkt, denn wir haben die Helden in ihren Filmen schon kennengelernt. Das Einzige, was mir nicht gefiel, waren die Chitauri. Weil die Chitauri wirkten wie gefühlslose und ohne Persönlichkeitshabende Roboter. Die waren wirklich nur Roboter, die auch irgendwie so an ein Kabel steckten eben. Das waren für mich eigentlich keine wirklichen Ehewesen auch. Und das waren für mich auch wirklich langweilige Ehewesen auch. Besonders dieser Endkampf. Ich weiß nicht, warum man das immer wieder machen musste im MCU. Immer diese CGI-Kämpfe, immer diese Kämpfe mit riesigen Monstern, die wirklich nicht geil sind. Und die wirklich, mei, die sind langweilig. Ich fand diesen Kampf wirklich langweilig am Ende, muss man sagen. Oder auch Infinity War. Infinity War hat er genau mit diesen riesengroßen CGI-Schlachten, mit riesen Monstern, mit Robotan. Die sind vielleicht episch anzusehen, aber sie sind nicht großartig gemacht eigentlich. Das ist in jedem Film so gewesen eigentlich, muss man sagen. Jeden Avengers-Film musste in der Rende eine riesengroße CGI-Schlacht folgen. Mit riesig viel Aliens, Robotan und einige Döns eben. Und das war am Ende eigentlich nicht wirklich interessant, muss ich sagen. Auch, ja. Und auf den ersten Platz Avengers Endgame. Avengers Endgame, das Finale der Infinity-Saga, ist meiner Meinung nach einer der besten Filme aller Zeiten. Der Film wäre das beste Ende für das MCU. Alle Charaktere wurden geehrt und bekamen einen würdigen Abschluss. Die Opfer von Natascha und Tony waren würdig. Man hat sich zum Großteil wieder den 6-Ur-Menschen gebeten mit. Und muss man sagen, Endgame ist ein toller Film eben. Wirklich ein toller Film. Er fühlt die Reihe gut zu Ende. Wäre das beste Ende gewesen für das MCU. Leider machen sie trotzdem weiter. Aber wie gesagt, was halt am Film nicht so gefährlich hat, ist wie gesagt, dass es der Humor, weil es eigentlich ein trauriger Film ist und keine Komödie, wo man Witze macht eigentlich. Und auch die Schlacht am Ende ist zwar episch, wie sich alle Avengers versammeln und so alles eben. Aber es ist eben wieder nur so eine riesige, riesengroße CGI-Schlacht, die irgendwie auch sehr langweilig ist und nicht wirklich großartig inventiert ist eben. Und wirklich großartig spannend ist diese Schlacht auch nicht gemacht worden. Außer zwischen Thanos und den Avengers gab es wirklich nichts Spannendes in dieser riesigen CGI-Schlacht eben. Und das ist generell das Problem der Avengers-Filme, das habe ich schon vorhin gesagt eben. Das ist das Problem, diese Endkämpfe sind immer so riesengroße CGI-Schlachten gegen irgendwelche Monstern, Roboter. Und die sind wirklich uninteressant und nicht so toll gemacht eben. Da dachte ich mir so, ja, aber diese Szene sind eigentlich die längsten. Und trotzdem sind die meisten nur Avengers-Filmen, die Endkämpfe meistens nicht wirklich toll. Das A-Stock-Sfilm mit dem Mito-Mai, Top 4 Avengers-Filme, danke fest. Und so ist es noch, bis nächstes Mal. Tschüss.